Trimst du gerade? Ja, ich wäre nämlich jetzt da durchgelaufen. Ach, ja, ich bin es nicht dran, ach, nein. Und dann bist du ja nicht bei 30 Stunden, ne. Ja. Ja, ich finde, als User. Da ist ja voll längst, ne. Jetzt kommt ich voll eingeschmissen. Du bist auch. Ich höre. Ich höre mal. Das ist doch der Kacke. Ja, verletzen. Das sind die Läden hinter mir. Wie haben wir mal gekauft? Ja. Ja, das. Schwer, wenn die drei Leute laufen zu filmen, vor allem wenn Andi dann immer ins Bild läuft. Vielen Dank.